Der heutige Tag könnte durchaus etwas bedeuten. Nicht nur, dass wir das letzte Quartal gerade abgeschlossen haben und damit ein neues Quartal und die zweite Jahreshälfte eröffnet haben. Wir haben ja schon gehört, Markus Fugmann hat es erwähnt, nach so einem schwachen Vorlauf, also einem ersten Halbjahr bzw. den letzten Quartalen, die jetzt so schwach waren an den Märkten, ist es statistisch eigentlich gar nicht so unrealistisch, dass es ab jetzt nach oben geht. Also vielleicht der Startschuss nach oben. Wir dürfen eines nicht vergessen, wir haben den 4. Juli. Das heißt, wir haben am Montag Feiertag in den USA und machen wir uns nichts vor, nicht nur die US-Amerikaner sind dann etwas weniger aktiv. Na klar, wenn die Börse zu ist, dann erst recht auch viele international agierende Händler sind am Montag dementsprechend dann eher im Pausemodus und sagen, wenn da alles eh zu ist, passiert weltweit nicht so viel, dann halte ich mich da auch zurück. Das heißt, das Wochenende ist länger. Das heißt, gerade im Anbetracht der aktuellen Situation in der Ukraine, der aktuellen Situation auf der Lieferketten-Seite, auf dem Energiemarkt, egal auf welcher Ecke, wir haben so viele Punkte, die auch notfalls am Wochenende mal eine Überraschung bringen können. Wer sich heute jetzt richtig reinlegt und sagt, ich behalte das über das lange Wochenende, der muss schon gut überzeugt sein. Das heißt, der heutige Tag kann eine gewisse Indikatorenwirkung eben haben, nämlich wenn die Marktteilnehmer wirklich sagen, nein, keine Gewinnmitnahmen am Tagesende, das ist dann schon ein Zeichen, dass man, naja, Balls like Steel hat, wie man in Amerika sagen würde wahrscheinlich. Also, das heißt, der Sache mehr zutraut und auch über das Wochenende das Risiko, das lange Wochenende gerne tragen will. Also, vielleicht nicht uninteressant zu sehen, wie die Marktteilnehmer da jetzt darauf reagieren. Wir haben im Übergeordneten ja schon immer wieder darauf hingewiesen. Wir sind im Bereich einer Unterstützung beim Dow Jones. Sieht man das hier so halbwegs noch? Hier habe ich mal, das sieht ziemlich komplex aus, das nochmal so halbwegs eingezeichnet gelassen. Und diese Chance, dass es so passiert, wie ich das hier noch drin habe, ist ja nicht ganz abwegig, dass das passiert. Dann muss es aber auch jetzt bald passieren. Dazu gucken wir mal auf den kürzerfristigen Chart, Intraday, vier Stunden mäßig hier. Manche von euch sehen das. Wir haben bei den Indizes aktuell, egal eigentlich welcher das ist, ob das der Dow Jones ist, der S&P, der Nasdaq, da sind Born-Bars, das sind typische, wo ein Ausbruch eine schnelle Bewegungsrichtung, eine schnelle Anschlussrichtung durchaus realistisch machen lässt. Also, gar nicht so uninteressante Situation. Normalerweise etwas, was ich sehr, sehr gerne handele. Ihr müsst euch natürlich überlegen, ob ihr das vor dem Wochenende jetzt noch umsetzen wollt oder nicht. Es wäre aber ein möglicher erster Startschuss. Wir gucken mal auf den ganz kurzen Chart, gucken mal, was der Nasdaq beispielsweise hier im Fünf-Minuten-Chart bisher fabriziert hat. Und dann sehen wir, naja, die letzte Bewegung, das ist seit dem 1. Juli, also seit heute Morgen 6 Uhr, sie ist, das ist immer so der erste Check, aufwärts oder abwärts, sie ist aufwärts. Ist sie stark oder schwach? Dafür gucken wir uns mal an, die Gegenbewegung, die wir haben da drin. Wie viele Gegenbewegungen sind die überschneidend, die Gegenbewegung? Wie sieht das aus? Und da muss ich sagen, insgesamt, das ist noch ganz schön vorsichtig, noch ganz schön harmlos. Was allerdings einigermaßen gut aussieht, ist so das, was wir in den letzten Minuten hier seit der Eröffnung bekommen haben. Das nämlich herum zeigt Stärke. Und in Anbetracht dieses ersten Teils, dieser vielleicht seitwärts Korrektur, ist das schon mal gar nicht so schlecht. Ich bin also eher davon der Überzeugung, dass wir heute Nachmittag in einem bullischen Modus unterwegs sind und realistische Chancen haben, dass wir das noch ein bisschen nach oben ausweiten. Und das wäre auch, selbst wenn es noch mal bis hierhin geht, noch nicht zwingend der Beweis, dass das bärische Bild komplett rum ist. Denn ihr seht schon, selbst wenn er nur das hoch, was wir am 30. Juni abends hatten hier, bei ungefähr 11.685 auf den Future-Preis jetzt hier berechnet, wenn wir das noch mal toppen, das wäre noch kein Beweis, dass danach das passiert. Aber das wäre etwas, was also beide Seiten mittragen können. Sowohl die Bullen, die finden das aufwärts ja sowieso gut, aber auch die Bären, kann ich mir vorstellen, lassen so eine Bewegung noch mal zu. Denn auch das wäre bis dahin ja noch ein ganz normales Korrektur-Tiefmuster. Erst hier kommt es darauf an, ob die Bären sagen, so, jetzt sind wir wieder da, jetzt machen wir wieder mit. Oder ob die Bullen sagen, wir machen das jetzt unter uns aus. Also ob hier der Dreh passiert oder nicht. Das heißt, für meinen Geschmack ist das hier so in etwa, sind so diese Marken, diese Zone hier, das ist jetzt sehr geschmiert, aber machen wir das mal so ungefähr 11.700 in etwa bis 11.000, ja, machen wir es ein bisschen genauer. Ihr seht, ich bin da auch am Rudern. 11.685 von mir aus bis 11.755 oder 60 so rum. Das wäre eigentlich eine ganz gute Zielzone, die für beide Seiten noch gilt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich relativ wenig Gegenwehr haben bis dahin von beiden Seiten. Wie kann man da jetzt also noch profitieren? Jedweder Rücksetzer bis dahin, der wäre aus meiner Sicht ohne weiteres für eine Long-Situation handelbar. Also sprich A, B, C oder irgendwas Korrektives hier in der Richtung. Das ist etwas, wo ich sage, das wäre für mich ein Long-Einstieg auf jeden Fall wert. Ja, aber was, Rüdiger, wenn jetzt das dann erreicht ist? Hier ist aus meiner Sicht Gucken angesagt, ob Gewinnmitnahmen, wie gesagt, langes Wochenende, ob die Bären sagen, so, jetzt ist aber Schluss mit lustig, ihr habt euren Spaß gehabt, jetzt geht es hier runter. Achtet im Umfeld, das kann natürlich auch etwas größer sein, das Umfeld, aber achtet in diesem Umfeld aus meiner Sicht darauf, ob der Markt auch da oben noch nur wackelig runterkommt, also korrektiv die Abwärtsbewegung macht, dann würde ich sagen, da sind die Bären noch ganz schön schwach und die Bullen sind immer noch die stärkeren. Oder ob der Markt hier in diesem Bereich dann da oben irgendwann anfängt, so, Richtungswechsel, schnell in die Richtung, wackelig in die Richtung, das ist meistens ein Zeichen, dass es in die andere Richtung erst noch mal geht und damit der Bulle alles andere als erst noch mal am Drücker ist. Also bis dahin ist alles erst noch mal safe, den Bereich haben wir jetzt genannt, für beide Richtungen. Da wird dann entschieden, ob es dann wirklich der Bulle ist, der sich durchsetzen kann. Ich habe so ein bisschen Zweifel, dass die Marktteilnehmer vor dem Wochenende sich das trauen und den Kurs darüber treiben und keine Gewinnmitnahmen machen, aber ich lasse mich da gerne eines anderen überzeugen, solange der Markt steigt. Kann man ja auch im Zweifelsfall seinen Stop hinterher ziehen. Wenn ihr mich jetzt fragt, hier im 5-Minuten-Chart, würdest du das hier übers Wochenende halten? Ich definitiv nein. Ich habe kein Problem auf Tagesebene, also längerfristige Trades da zu machen, aber so im Intraday-Bereich, im kurzfristigen, nee, das ist es definitiv nicht. Das heißt, ich würde auf jeden Fall, wenn ich da nachher noch eine Position irgendwie eröffnen kann, vor dem Tagesende diese schließen, insbesondere wenn es sogar noch ein langes Wochenende ist, dann allemal erst recht. So, S&P 500 ist natürlich im Wesentlichen das Gleiche. Wir können da auch mal gucken, ob wir da irgendwelche Marken ausfindig machen können. Im Zweifelsfall, ihr könnt das auch mal selber ausprobieren. Ihr solltet ja auch Spaß haben am Chart. Guckt mal, das ist der tiefste Punkt hier in dem Chartabschnitt. Das ist der. Also bis dahin geht allemal. Hier ist quasi die ähnliche Unterscheidung. Ihr habt hier dann natürlich auch so ungefähr diese Box in etwa, wenn wir die auch wieder so halbwegs terminieren. Das ist so 3.840, sagen wir mal, und die Unterseite geht so bei 3.824. Es ist zugegeben nicht mehr arg viel, aber da wird neu entschieden, ob die Marktteilnehmer, und jetzt kommt es noch mal, wackelig runter, dann würde ich definitiv die Long-Seite bevorzugen. Oder ob sie sagen, da machen wir dann steil runter und wackelig hoch, dann definitiv die Short-Seite. Und zwar, und das ist ganz wichtig, weil viele dann immer sagen, jaha, wenn ich das sehe, dann wusste ich, ob ich hätte Short gehen können. Nee, den Teil, den verpasse ich. Das ist das, was die mir zeigen müssen hier in der Zone. Wenn ich den gesehen habe, sind das meine Entries für Done Short. Oder umgekehrt, wenn das Ding passiert, na, jetzt müssen wir den, das Geschmierre hier kurz wegmachen, damit ihr das besser erkennen könnt hier. Ach komm, machen wir das alles weg hier. Wenn das hier passiert, dann wäre das der Entry für die weitere Long-Richtung, denn das wäre ja dann quasi weiterhin erstmal korrektiv nach unten. Ihr denkt immer dran, dreiwellig oder mehrfach wackelnd ist korrektiv. Wenn ihr das seht und der Kurs diese Zwischenhochs reißt, wisst ihr, ja, fünfwellig nach unten kann es nicht mehr werden. Das heißt, an der Stelle ist dann klar, dass das wohl die Korrektur ist und offensichtlich die Aufwärtsrichtung noch weiter geht. Das geht in alle Richtungen. Ihr könnt auch kurz und dann dreiwellig nach oben. Dann ersetzt sich das, was wir vorne haben, da gerne noch mal fort. Ihr seht, das ist also jetzt nicht irgendwie was ganz Außergewöhnliches, sondern dieses Verhaltensmuster werdet ihr immer wieder finden und bietet sich immer wieder an für Trading-Situationen. Dow Jones, das ist jetzt vielleicht die Ausaufgabe, dass ihr das selber mal anguckt unter genau dem gleichen Gesichtspunkt. Malt das mal selber ein. Wir gucken noch mal einmal auf den DAX, auch wenn der jetzt schon fast im Feierabend ist. Lange hat er heute ja nicht mehr auszuhalten. Immerhin hat er seinen Ausflug, den wir gestern nach unten hatten. Gestern hatten wir auf Tagesebene beim Index immerhin einen Hammer. Und Hammer bedeutet, dass wir zumindest mal eine Drehbewegung zu erwarten haben. Die ist jetzt tatsächlich auch eingesetzt. Hier hattet ihr zum Beispiel auch einen Hammer. Erstmal geht es nach oben. Hier ist ein Hammer. Erstmal geht es nach oben. Vorsichtig. Ein Hammer ist jetzt kein Indiz DAX auf 20.000. Ein Hammer ist vorläufig erstmal eher auf eine Wende rechnen. Das ist das, was wir im Moment haben. Das heißt, der Markt hat hier, ich mache es noch mal ein bisschen größer, zumindest mal seinen Ausflug, den wir da drunter haben, wieder wettgemacht. Mir gefällt das trotzdem nicht. Ein solches Unterschreiten, der unter dieser alten Unterstützungsmarken ist. Nicht das, was ich mir vorstelle von einem oder unter einem starken Markt, der Lust hat, wo die Marktteilnehmer Lust hat, zu kaufen, haben zu kaufen. Oh Gott, was für ein Deutsch. Aber wo man sieht, die sind begeistert, die wollen jetzt. Das muss ich sagen, sehe ich da nicht. Deshalb bin ich sehr vorsichtig begeistert von dem, was ich da sehe. Intraday allerdings kann man natürlich überlegen, ob man da sagt, ein bisschen was geht da noch mal. FDAX vielleicht hier noch mal, solange wir eine starke Aufwärtsrichtung haben. Geht das? Da muss ich allerdings sagen, ich würde in Anbetracht der Zeit auf der einen Seite und in Anbetracht dessen, dass mir das ganz schön heftig steil nach unten aussieht, nicht jetzt unbedingt hier auf die Kaufseite wechseln. Denn das sieht eher schon wieder impulsmäßig nach unten aus. Ich würde zwar nicht unbedingt jetzt hier shorten. Von den Größenverhältnissen passt das nicht, wenn der so hoch wieder ist. Aber das sieht nicht so toll aus. Also wenn dann den amerikanischen Markt aktuell nicht mehr vor dem Wochenende kurz vor Handelsschluss den DAX noch mal selbstfindet. Future natürlich auch noch bis abends geht. Viele Kontrakte da drauf, die CFDs beispielsweise, die laufen ja dann auch noch bis abends. Aber dann nimmt doch lieber den Markt, der originär noch unterwegs ist. In diesem Sinne, mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Zumindest zum aktuellen kurzfristigen Bild. Erstmal soll es das gewesen sein. Euch alles Gute, einen erfolgreichen Nachmittag. Viel Erfolg und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Dieses Video wird es aber am Montag nicht geben, denn die Indizes werden ja in Amerika sowieso sich nicht bewegen und der DAX ja ebenfalls nur, naja, sehr dünn wahrscheinlich unterwegs sein. Das heißt, Montag ist einmal aussetzen. Am Dienstag bin ich wieder mit dabei und da kriegt ihr dann weitere Updates von mir. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.